Jo Leute, herzlich willkommen zur weiteren Folge, oder zu einem weiteren Endergames-Turnier. Und heute hostet der gute Oster-High. Verboten sind alle Mobility-Kits. Runde 1 startet, wir sind auf Extreme Hills. Ich spiele Teleporter. Okay, ich bin direkt unsterblich und versuche reinzugehen. 50 Blöcke, ich sehe den Namen. Ein Kill direkt, perfekt. Okay, jetzt auch Teleporter. Ich habe Kaye down. Kaye ist tot. Okay, Ombreon ist auch Teleporter. Das könnte jetzt ein Problem werden. Okay, ist Full Deer. Ich gehe rein, glaube ich. Ombreon ist down. Mhm, okay. Ich kriege Ombreon. Digga, er hat so viel Heal. Ich habe hier ein Schwert. Ja, shit, Digga. So, auf jeden Fall. Oh, einer ist runtergefallen. Dank. Kein Stuff bekommen. Schade. Trotzdem das Beste immer noch. Schade. Komm bitte. Scheiße, Mann. Ich brauche Stuff. Digga, das kann nicht sein. Alter, ich wollte mich doch verarschen. Ne, die ist gelootet. Alter. Hier sind nirgends wo Bäume. Gar nichts. Da hinten sind Bäume. Bei Osterheil. Oh, die. Oh mein Gott. Alter. Komm schon. Oh, zwei Drohnen. Bitte. Alter. Ah, damit fehlt ein Stick. Pfeile wenigstens. Digga. Stick. Oh mein Gott. Okay, ich bin so dead. Wenn der wirklich kommt, springe ich einfach in die Lava. Okay, never mind. Wenn Osterheil geportet wird, bin ich so fucking down. Ja, das war's für mich. Ja. So, nächste Runde Swampland. Ich spiele Yeti. Und wir haben kaum Wasser. Championed this Wizard. Okay, never mind. Okay. Ich bin geslowed. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oh, wie unlucky. Ich spiele nochmal Teleporter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, Alter. Da habe ich reingelackt. Osterheil. Da hinten ist direkt noch ein Einer gedroppt. Ohne Staff. Den nehmen wir direkt mit. Jawohl. Das nehmen wir mit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yo, let's go. Er wird viel bessere Rüstung haben als ich. Ähm. Egal. Ich versuch's mit Gift. Ja, okay. Ja. Der Pri-Rege. Er ist vergiftet. Er hat keine Milch. Er hat keine Milch. Er macht mir so viel Schaden. Oh mein Gott. Es. Digga. Ich werde nicht geportet, das war's. So. Letzte Runde. Ich camp jetzt nicht auf Teleporter-Kill. Ich hole direkt zwei Leute. Eins. Zwei. Nein, das kann nicht sein. Digga. Wirklich? Nee, Feppy. Nööö. Jannes. Du ehrenloser Basker. Digga. Nee. Wirklich. Was ist das denn jetzt? Nein. Wirklich. Nein. DIEH. Nein. 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 Outro